Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Mein Name ist Hans Bruder, ich bin Geschäftsführer der Oktanorm Vertriebs GmbH. Unsere Firma ist ansässig in Filterstadt in der Nähe von Stuttgart. Wir bieten seit über 50 Jahren nun Bausysteme an, die im Messebau, Ladenbau, Displaybereich und im Reinraumbereich zum Einsatz kommen. Und unsere Systeme sind vor allem wiederverwendbar durch den Einsatz von Aluminiumbauteilen. Und sie werden verwendet für die unterschiedlichsten Designaufgaben, die an die Designer und Architekten gestellt werden. Das Besondere unseres Systems ist die Vielzahl der Bauteile, die wir anbieten. Vom einfachen Display über den normalen Messestand bis zum Doppelstockstand. Dann ist es die Qualität, die wir liefern. Eine sehr hohe Qualität, die auch die häufige Wiederverwendbarkeit ermöglichen. Und im Übrigen auch die weltweite Verfügbarkeit der Bauteile. Das heißt, wenn jemand einen Messestand in Deutschland plant, dann kann er ihn in Hongkong ausführen, ohne dass er die Bauteile transportieren muss, aber die gleiche Qualität auch dort erhält. Wurde Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau.